hey ho liebe let's play freunde und herzlich willkommen zu megaman 1 fürs nes nach den ganzen rollenspielen dachte ich mir mache ich mal was was ein bisschen harter wird ich muss gerade ich muss zu anfang sagen ich spiele mit tastatur und ich glaube nicht dass das ganze das ganze ein wenig einfacher macht aber starten wir doch einfach mal sechs ganz män ich bewege megamark gleich mit dem wst-tasten oder komma und punkt ein stand okay die musik ist stunning so dass ich jump und ich schieße ähm stirbst auch mal hallo stirb ja ich glaube du stirbst nicht egal weiter geht's okay ihr merkt ein bisschen er hat diesen leichten hier ich laufe laufe las los und trotzdem hat er so'n kleinen nachkrieg statt super mario ja auch im nes titel leute ist der erste screen ist der auch komm schon ich dachte dass ich bei jetzt kriege aber ich entschuldige mich dafür dass ich kack schlecht bin aber ich bin wieder gut die megaman da ich fast noch nie ein mega mental gespielt habe außer es gibt doch nicht außer megaman 2 für gameboy das ist der erste screen des spiels elektroman was tust du mir was an das ist der erste screen des kondom mit stacheln dran was irgendwie den ganzen sinn und zweck enttrennt verdammt nein 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 ja ja fuck you oh jo you're kidding me wenn ich so spreche bin ich tot soll ich mich kennen ok 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 nein hab doch default treffend was habt ihr auch den audio lag gerade gesehen hat der audio lektor hat auch gesehen mal gucken wie lange ich brauchen es bis zu elektroman geht wahrscheinlich geht der ganze noch bis 200 und dann endlich feine bette gegen elektroman so ist es mich egal was das da ist weiß ich nicht interessiert mich auch nicht so weiter geht's screen 3 ok mehr aber so das geht doch bisher gut ich bin guter dinge passiert ja auch war war arschloch du arschloch ok das wird scheiße oh gott vielleicht auch für das letzte wir kommen schon kurschen 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 fiktig doch stört doch nein es ist doch nicht euer ernst okay jetzt warten wir kommen runter nein ich bin ganz fünf minuten spiel und hasse dieses stage jetzt schon wenn du dieses rutschige klitschgämlich wieder und dieser jump hier die zu machen ist so scheiße wenn ich auf der stage abkratze dann nehme ich mir eine andere ich hab jetzt echt keine lust mehr auf der scheiße es gibt doch nicht bin ich so schlecht wo liegt es ja dass ich mir das taturspiele aber ganz ehrlich was für einen megaman pro muss ich der bitte sein um den jump hinzukriegen so weiter geht's das ging schon mal ganz gut muss ich sagen nach sechs minuten spielen ich kann seine tentakel durch eingefahren lassen nein 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 wunderbar stöp verdammt geht doch wo bin ich hier eigentlich im computer world und wo hallo spielt hallo ja ein glücke diese spieler zeit so klettern wir einfach mal ich glaube das spiel hast du nicht what it just spawned directly next to me marking me what nein Nein! Oh! Scheißgrünes Fintakel! Nein, Viech! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Geh dahin! War das Leben? Ich weiß es nicht. Fuck. Vergiss es! Vergiss es einfach! Scheißvieh! Meine Fresse, komm schon! Ab hier! Verdammte Kacke! Das war zu late. Hart holt mich nicht ein. Konzentrier! Dich van die... What?! What?! Nein! Nein! You're kidding me! At least I'm surviving, that's all. Fuck! Fuck! Hate this Jump Control! Nein! Stirb! Stirb! Das hab ich echt bekommen! Das ist Pause! What?! Das ist Start! Null Leben! Fuck! As if I'm going to make it! Boah! Boah! What?! What?! Thank god! Ein anderer Hintergrund! Ein anderer Hintergrund! Auch wenn es nur eine Farbe ist! Oh you're kidding me! Ich will da nicht runterfallen! Ich will da bitte nicht runterfallen! Ich will da bitte nicht runterfallen! Ich will da bitte nicht runterfallen! Mega man! Wir sind noch Freunde! Huh! Good! Invisible Leiter in der Wand! Ja! Gut! So! Wo lagen Leute? Legst du da? It's not a crappy choice! Ja! Nein! 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 Ich bin nicht Game Over! Das war Part 1! Wir sehen uns gleich heute in Part 2! Beim nächsten Versuch! Fuck!